ja hallo und herzlich willkommen mal wieder beim guten alten veridi so machen wir mal wieder das übliche hier bisschen aufräumen im blumentopf doch rüdiger ist auch schon gleich um uns hallo das ganze gras weg da ist noch was da ist noch ein kleiner grashalm ich glaube dann haben wir es so dass ich jetzt ein paar tage nicht aber muss wahrscheinlich wieder alles gießen dafür blüht es immer so schön auf leuchtet dann wieder hier der neue der fit kawi das hesschen unsere agave ich finde es mal schön wenn das dann alles so aufgeht und wieder so zu leuchten anfängt auch hier gute alte um die grunde das putzelchen ganzen neuen brauchen wir noch namen überlegen das vergesse ich irgendwie immer gut der sieht aber ganz cool aus hier eigentlich fällt mir lady so leuchtet alles ich glaube schon oder ich glaube wir haben eigentlich alle aber wir können mal gucken ob wir wieder oh den haben wir glaube ich noch nicht ionium den nehmen wir doch glatt mal schauen dass wir den einpflanzen wir haben doch eben einen abgeholt haben wir nicht eben einen abgeholt bin ich jetzt total blöd hier ist noch frei oder da kann man glaube ich was hin machen ja super tun wir da mal rein hui flupp von oben kommt er runter hui der sieht ja süß aus bisschen rötlich oder ja sieht so aus mal schauen wenn er weiter wächst na super was neues hier sieht doch inzwischen auch schon also hier die seite ist schon ganz schön jeder noch kommt und der größer wird ja wird allmählich dann würde ich mal sagen wünsche euch einen wunderschönen tag nacht abend morgen was auch immer und ich bin raus ihr seid's auch auch w w w w Untertitelung des ZDF, 2020